Okay, meine Freunde, willkommen zurück zu Node.js. Wir machen einen kleinen Sprung. Ich habe euch ja schon ein paar Sachen gezeigt. Und zwar, ich habe jetzt mal alles soweit eingerichtet, dass wir hier auch eine Package.json haben. Und ich habe in der Package.json ein Start-Skript eingerichtet, das eben Node.mon bzw. Node.emon verwendet. Und ja, an unserer App.js hat sich nicht wirklich was verändert. Den Teil kennt ihr ja schon aus der Serie. Aus Videos, die ich eigentlich vor der Serie aufgenommen habe, allerdings, aber muss man dazu sagen. So. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen natürlich unseren User, unsere User-Daten speichern. Am besten vielleicht nicht in einer Datei, die so heißt wie der User, sondern wir wollen es in einer Datenbank speichern, im besten Fall. Und dazu habe ich noch etwas, was ihr vor diesem Video hier gucken solltet. Und zwar die SQL-Datenbankreihe bzw. MySQL-Installation und dann natürlich SQL an sich. So. Wir haben hier das hier. Das ist die MySQL Workbench. Die haben wir schon aufgesetzt und eben in der anderen Reihe. Und dort würde ich euch mal bitten, reinzugucken, wenn ihr hier seid. Und ja, dort drin kann ich jetzt hergehen und einfach sagen, hey, ich hätte gerne ein neues Schema. Das sind quasi unsere Datenbanken hier. Und ich nenne das jetzt einfach mal Node Tutorial. So. Tutorial K. Okay. Und wir machen hier einmal ein Apply und bauen uns das ganze Schema, Algorithm, Default, LogType. Ja, das passt alles soweit. Okay. So. Und natürlich wollen wir SQL-Statements ausführen können. Okay, cool. Jetzt haben wir das schon soweit. Jetzt haben wir hier oben ein neues Schema namens Node Tutorial. Wir haben hier schon welche, die dabei sind. Das sind diese Beispiel-Dinge. Man muss uns nicht weiter was sagen, aber wir wollen das Node Tutorial hier verwenden. Und hier gibt es einen Bereich Tables. Jetzt wollen wir auf dieser Datenbank neue Tabellen bauen. Das heißt, wir machen einen Rechtsklick und dann Create Table. Create Table oder Create Table Like. In unserem Fall, wir haben kein Like sozusagen vorhanden. Das heißt, wir wollen oder wir könnten auch was Like User machen. Aber wir wollen eine neue Tabelle bauen und sagen hier einmal, Okay, wir wollen eine neue Tabelle. Wir nennen sie Users. Cool. Und Charset ist erstmal in Ordnung. Kann ich eigentlich alles soweit lassen. Die Engine passt auch soweit. Commons brauche ich nicht. Was ich allerdings brauche, sind meine Columns. Meine Columns haben zum Beispiel... Komm. So. ID Users. Kann man auch einfach als ID lassen. Und das ist hier mein Primary Key. So. Der Datentyp Integer stimmt schon. Das ist richtig. Und das haben wir hier. Unique Index. Aha. Wunderbar. Ist Binary Column. Nein, das ist es definitiv nicht. Unsigned Data Type. Das heißt, ohne Vorzeichen. Das ist richtig. Und Fill Up Values. Anders wollen wir nicht. Wir wollen hier den Auto-Inkrement-Wert reinstecken. Das funktioniert wunderbar. Und ja, dann haben wir hier eine Generate-Column. Muss nicht sein. So. Und ja, jetzt haben wir hier Users Call. Ja. Users Call. Ich würde hier eher auf User Name gehen. Vajar 45 passt allerdings ganz gut. Das sind alle Typen, die ihr hier verwenden könnt. Ich würde jetzt hier vielleicht mit einem 45er Vajar durchaus gehen. Das heißt, wir können hier 45 Buchstaben reinschreiben. Das ist wunderbar. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr will ich hier gar nicht drin haben. Wir könnten jetzt natürlich noch mehr reinbauen, wenn wir das wollen. Aber in meinem Fall, ich bin eigentlich ganz happy so. So, wir machen hier einmal. Ah, right. Ich habe Lowercase eingestellt. Okay, das ist in Ordnung. Nein, das kannst du durchaus so lassen. Ist okay. Dann machen wir die ID klein. Und den Username machen wir auch klein. Du hast ja schon recht. Okay, machen wir hier Apply. Und wir haben einmal die Daten oder die Tabelle dieses Mal, die wir hier bauen. Wir bauen sie mit Apply. Und wir machen hier einen Finish. Und fertig sind wir. So, jetzt haben wir hier unter Tables, haben wir die Tabelle namens Users. Da ist allerdings nichts drin an Datenpunkten erstmal. Ich kann hier allerdings durch die Columns durchgehen, sehe, was hier für Columns drinstehen und so weiter und so fort. Jetzt kann ich hier rechtsklicken und Select Rows machen. Select all from Node Tutorial.users. Das ist im Endeffekt die, ähm, ja, die kleinere Schreibweise, um dann auch noch die Datenbank vorne wegzunehmen. Und das kann ich durchaus so ausführen, wenn ich das möchte. Ich kann sogar angeben, ob ich ab dem Cursor ausführen möchte oder erst hier. So, wir sehen hier, ah, da ist nichts drin. Cool. Ähm, ja, das heißt, ich müsste hier jetzt noch irgendwas reinpacken. Hm. Aber das will ich ja nicht machen. Ich will ja jetzt mit euch weiter im, ähm, im Node bleiben. Ja, und hier wollen wir jetzt weitermachen. Hier wollen wir neue, äh, oder die Daten vom User quasi reinschreiben. Und das machen wir mal, ähm, indem wir hier oben was Neues importieren. Wir machen const, ähm, mysql ist gleich require, ähm, die hier, mysql2. So, das ist ein Modul, welches wir allerdings noch nicht installiert haben. Ähm, das heißt, ich kann hier einfach auf install mysql2 gehen. Ich könnte es natürlich auch mit npm selber installieren, aber ich bin eine faule Sau und meine IDE kann das also, warum nicht machen lassen. So, mysql2 macht genau das für mich. Es installiert mir mysql. Und jetzt kann ich mir hier aus diesem mysql einen Pool bauen. Ein Pool, das ist eine Sammlung an Möglichkeiten, wie ich mit der Datenbank interagieren kann. Quasi eine Sammlung von Threads, die drauf zugreifen können. Das kann ich hiermit wunderbar machen. Ich kann hier einfach sagen, const Pool, äh, Popo, genau, ja. Pool, ähm, ist gleich mysql.createpool. Wer hätte es gedacht, ja. Und hier rein packe ich jetzt die ganzen Informationen, die dazu nötig sind. Denn ich muss ja erstmal versuchen, mich zu verbinden. Wie verbinde ich mich denn mit einer Datenbank? Naja, ich muss erstmal wissen, wo sie liegt. Okay, wo liegt sie denn? Ähm, das ist relativ simpel und zwar unter localhost. Ich kann hier auch den Port noch mit angeben, wenn ich das möchte. Aber ich habe den Standardport gewählt, das heißt, ich muss hier eigentlich gar nichts machen. Deswegen empfehle ich euch auch immer den Standardport hier. So, dann haben wir den User und wir legen den mal auf Root. Ähm, denn ich habe noch keinen anderen User erstellt und mein Root-User hat definitiv Zugriff. Und dann hat der User natürlich auch noch ein Password. Und hier der Hinweis, wenn ihr das im Code drin habt, ist das keine gute Idee. Okay, wenn ihr das in Environment-Variablen packen könnt, so aus einer reinen Server-Einrichten-Seite, ne, dann ist das deutlich besser. Haben wir hier allerdings nicht vor, ähm, denn das hier ist eine Node-Tutorial-Reihe und keine Server-Einrichten-Beziehungsweise Security für Node-Reihe. Das wäre ein separates Thema. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr mir gerne schreiben. So, wir machen hier also das Passwort Root und wir geben unsere Datenbank doch ein. Welche Database hätten wir denn gerne? Naja, das Node, ich glaube, ich habe einen Bindestrich geschrieben, oder? Sekunde, ähm, Node-Tutorial, so. Node-Tutorial, wunderbar. So, und jetzt habe ich im Endeffekt hier meine, ähm, mein alles, was ich brauche. Ähm, wenn ihr das übrigens auslagern wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Das ist eigentlich sogar sinnvoll, das in eine separate Datei auszulagern und hier eine vernünftige Projektstruktur zu bauen. Das heißt, sowas zu machen, wie das, was ich jetzt hier mache. Ähm, das hier wegzumachen und hier eine neue, eine neue JavaScript-Datei, Database, ähm, Connection. So, machen wir das hier rein und dann sagen wir hier ganz einfach Module-Exports ist gleich Pool, ähm, Punkt. Ähm, und hier machen wir noch etwas, was wir vielleicht nicht erwarten würden. Wir schreiben hier hinten dran, dass wir gerne die Promises verwenden wollen. Ähm, dadurch haben wir hier gleich die, ähm, ja, im Endeffekt das Ganze asynchron und müssen nicht uns irgendwie drauf konzentrieren, hier noch alles synchron zu halten. Das heißt, wir sagen direkt hier, bitte mach mal alles in Asynchron- oder Promise-Schreibweise. So, und wenn wir das haben, dann wollen wir natürlich in der App.js auch das Ganze importieren am Ende. Ähm, das machen wir hier oben dann wieder über eine const.db ist gleich und hier können wir dann einfach wieder requieren. So, und was requieren wir diesmal? Naja, wir requieren eine Datei, nämlich genau genommen die Database.js. So, na, das war nicht der Plan. Okay, schade, das funktioniert nicht. Ich dachte, mittlerweile geht das. So, Database-Connection mit Punkt Slash noch davor. Ja, Punkt Slash, so. Und genau, jetzt habe ich meine Database-Connection.js-Datei hier inkludiert sozusagen oder required. Jetzt kann ich diese Datenbank hier auch verwenden. Und das mache ich jetzt hier unten. Ähm, wisst ihr was? Bevor wir das allerdings machen, lasst uns hier vorher das Ganze direkt mal ausprobieren. DB Punkt, ähm, und jetzt kann ich hier quasi einfach was executen, wenn ich das möchte. Es gibt auch Query, ich würde execute benutzen. Das ist die sicherere Variante. So, ich kann hier quasi jetzt einfach ganz normales SQL reinschreiben. Das heißt, ich kann hier schreiben, select, ups, selects, genau, select all from, ähm, ja, wie hieß unsere Tabelle? Äh, 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 users wahrscheinlich, oder? Ja. Äh, users. So, okay. Und wenn ich das jetzt habe, ähm, naja, dann muss ich ja noch irgendwas damit machen können. Das ist ja erstmal noch nicht fertig. Das ist ja bloß, ich kann das executen. Okay, probieren wir es doch einfach mal aus. Was passiert denn, wenn wir das executen? Naja, dann bekommen wir, ähm, wo ist es? Run. So, dann haben wir hier ein, ähm, Starting-Node-App.js. So, es passiert einfach gar nichts, ja. Also, wir haben hier oben schon einige Fehler bekommen. Das liegt einfach daran, dass ich hier kein SQL eingegeben hatte und das hier natürlich noch nicht fertig war. Aber jetzt, wenn wir das hier mal so uns wirklich neu starten, ja, es passiert halt nichts, ne? Das liegt daran, dass hier natürlich nirgendwo ein Console-Log oder sonst irgendwas steht. Und jetzt bitte ich euch nochmal ganz kurz, euer Wissen von der JavaScript-Reihe anzuschmeißen, denn das hier ist eine Promise. Was kann ich mit Promises machen? Naja, es gibt zwei Möglichkeiten oder zwei sehr naheliegende Möglichkeiten. Ich kann einfach ein Then hintendran packen. Then ist nämlich meine Variante, um zu sagen, ja, mach mal mit dem Ergebnis dann was damit, bitte. Das heißt, ich kriege quasi in meinem Then die Möglichkeit, auf das Ergebnis von hier zurückzugreifen, wenn das fertig ist. Egal, wann es fertig ist. Und kann hier zum Beispiel sagen, wir nehmen einfach Res wieder. Wobei Res steht eher für Response, ne? Das wäre eher dann das Result eigentlich eher. Und das wollen wir irgendwie verarbeiten mit einer Arrow-Function zum Beispiel. Und hier drin können wir dann zum Beispiel sagen, Console.log. Ich hätte ganz gerne das Result geloggt. So, und das machen wir jetzt. Und wir sehen hier, was wir dabei loggen. Also, es ist auf jeden Fall mal was drin, sage ich jetzt mal. Wir haben hier sogar irgendwelche Column-Definitions mit irgendeinem Buffer und so weiter und so fort. Wir haben einen ganzen Haufen Zeugs. Aber die eigentlichen Daten, hm, nicht so sehr. Aber zumindest haben wir mal eine Datenbank-Verbindung aufgebaut. Es gab keinen Fehler. Offensichtlich haben wir hier auch die Datenbank an sich bekommen. Immerhin haben wir hier unten, ja, die ID rausgelesen und so weiter und so fort. Also, es hat zumindest mal etwas funktioniert. Wir haben nur noch keine Daten. Und das schauen wir uns in den nächsten Videos noch ein bisschen genauer an. Bis dann.